Musik Hey Leute, ich bin Stefan. Ich bin hier mit Emirates in der First Class unterwegs. Ich habe meine eigene Suite, so habe ich es zumindest gebucht. Ich bin so gespannt, wie denn der Service in der First Class von Emirates sein wird, was mich hier alles so erwartet. Das zeige ich dir nach dem Intro bis gleich. Musik How deep can we go Cause you're pulling me straight down I'm used to all the pressure But you know we're not the same Ich glaube, die sind echt. Die sind tatsächlich echt. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Thank you. Cheers. 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 Und natürlich das heiße Tuch wie immer. Sehr heiß diesmal. Also vorsichtig benutzen, sonst verbrennst du dir die Finger und auch noch andere Dinge. Aber es ist klasse. Es ist ein gutes Gefühl. Es ist auch ein richtig tolles Tuch. So, was ist hier alles an meinem Platz? Zuerst bekommst du hier den Basket mit ganz, ganz vielen Kleinigkeiten, Süßigkeiten. Was ist denn hier drin? Gluten-free. Oh Gott. Schokolade, Chips und sogar Brausetabletten mit Vitaminen. Das habe ich noch nicht erlebt. Das ist echt klasse. Ja. Hier einmal drauf. Ein Writing-Set. Das ist ja auch Hammer. Hammer aufmachen. Ja. Mit Stift und natürlich einiges. Und Umschlägen. Klasse. Und was noch? Hier. Oh. Ein Spiegel mit Beleuchtung. Und was ist das? Krebs. Gesichtscreme, Handcreme. Was noch? Für die Nacht, für den Tag. Augencreme sogar. Das ist ja klasse. Was noch? Die Lampe. Die ist jetzt gerade nicht so wirklich an. Wird, glaube ich, nachher noch heller gemacht. Der Riesenbildschirm. Also, ich meine, du hast hier zwar viel Platz, aber es ist doch recht kompakt. Und der Riesenbildschirm, da siehst du wirklich sehr, sehr viel. Was ist noch so alles hier? Das ist das Geilste. Die Minibar, die einfach rausfährt auf Knopfdruck. Es ist das Übliche drin, was Emirates anbietet. Aber das Geile ist, es ist hier gekühlt. Und es wird automatisch raus. Verschiedene Säfte werden immer angeboten. Wasser, wie üblich. Das ist noch ein anderer Knopf. Der Tisch. Genau. Ein Riesentisch. Massiv. Aber bewegen lässt er sich nicht. Aber Brost auch nicht. Er deckt ja quasi alles ab. Du kannst ja gar nicht weiter. Das ist ja alles. Man kann hier so viel rumspielen an diesem Platz. Die Türen lassen sich übrigens erst nach dem Start schließen. Ich habe gehofft, ich kann schon ein bisschen Privatsphäre genießen hier. Aber leider noch nicht. Da ein paar Lampen. Da ist eine Lamp. Ach Gott, das will. Ach, schau mal. Da ist sie. Ich habe sie schon gesucht. Ich habe richtig Glück. Ich bin quasi alleine hier in der First Class. Mit mir sind nur zwei weitere Passagiere. Und drei. Flight Attendant kümmern sich nur um meine Bedürfnisse. Also, klasse. Übrigens, die Sitzanordnung hier ist 1-2-1. Wobei die äußeren Sitze am Fenster jeweils vier Reihen haben. Und innen drin die nebeneinander, also die Zweier. Und drei Reihen. Also, die Suiten bieten wirklich sehr viel Privatsphäre. Nicht nur, dass du die Türen zu machen kannst. Wenn du in der Mitte sitzt, kannst du auch noch das Sideboard hoch machen. Türen zu. Bist du ganz für dich allein. Ich liebe diese Funktion der Privatsphäre. Ja, hier fängt es nicht nur mit einem Champagner an. Nein, es fängt auch gleich mit einem kleinen Canapés an. Ein kleiner Spieß, Fleischspieß, eine Garnele und, ich weiß gar nicht, das ist mit bestimmt Schafskäse und ein bisschen Fleisch. Und das Wifi funktioniert auch schon. Ich habe mich gerade eingeloggt. Man kann das noch vom vorherigen Flug, war ich automatisch schon verbunden. Nur dieses freigeschalten. Jetzt kann ich surfen. So, der Flug kann also beginnen. Cheers! Es geht nichts über Dom Perignon. Ist meiner Meinung nach der beste Champagner, den du bekommen kannst. Hast du eine andere Meinung? Dann schreib mir das in die Kommentare. Danke! So, was gibt es noch an deinem Sitz hier in der First Class von Emirates im A380? Vorne hast du die Headphones, die Kopfhörer, in einer ziemlich coolen Verpackung. Und die sehen auch nicht nur toll aus in der Verpackung, sondern die Headphones an sich sind schon ziemlich klasse. Hier mit dem Logo, mit Nussholz und auch wirklich Noise Cancelling. Es ist nicht eingesteckt und ich höre jetzt schon kaum was. Du hast hier auch noch die Möglichkeit, da das Noise Cancelling an und aus zu machen. Und du hast hier noch einige andere Packchen. Du bekommst jetzt hier kein großes Amenity Kit, weil ich fliege jetzt ja nur 7 Stunden und es ist kein Nachtflug. Allerdings hast du hier das kleine Amenity Kit, sage ich jetzt mal, mit den Eyeshades, den Augenbinden. Ja, in der First Class sehen die schon ganz anders aus. Die sind weich, dick, komfortabel würde ich mal behaupten. Und das sind die Swippers, also die Hausschuhe nenne ich sie jetzt mal. Das so sehen sie aus. Hier ein wenig flauschig, ein bisschen fällig hier und Emirates Logo natürlich auch drauf. Und das ist das Menü in der First Class in einem Case verpackt. Und so sieht das innen drin aus. Wenn du vorher schon wissen möchtest, was dich auf diesem Flug erwartet, schau am besten auf der Homepage von Emirates. Und dann kannst du, what is on my plane, on my flight, kannst du schon sehen, welches Essen, welches Menü dich erwartet, welche Getränke auch und auch welches Entertainment System und natürlich auch welche Sitze. Jetzt, gut, A380 hat immer die Suites, aber in der Boeing 777 kann es mal sein, dass du die alten Sitze hast. Ich hatte jetzt zum Beispiel mal die alten Sitze, die nennen sich übrigens Skycruiser und sind wirklich nicht zu empfehlen, meiner Meinung nach. Aber guck doch mal mein Video an und sag, was du darüber meinst. Oh, ich drücke auf den Knopf und der Sitz fährt vor und ich bin näher an meinem Essen. Das ist doch perfekt. Ha, so, es kann losgehen. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt kommt gleich der Kaviar. Das ist jetzt der sogenannte Kaviar-Service hier in der First Class von Emirates in A380. Die schwarzen Fischeier quasi in der Mitte. Außenrum hast du verschiedene andere Zutaten wie Zwiebeln, ein bisschen Creme und hier, ähm, das sind ja auch so kleine Pancakes. Und normalerweise isst du Kaviar nicht mit einem Metalllöffel, deswegen habe ich meinen eigenen Pelmut Löffel mitgebracht, beziehungsweise Plastiklöffel kannst du auch nehmen, aber du sollst keinen Metalllöffel nehmen, denn das verfälscht den Geschmack. Ja, übrigens, das hier ist keine Zwiebel, sondern es ist ein Stück Zitrone. Sehr lecker. Und zum Neutralisieren des Geschmackes ein Schott Hodka. Das ist die Weinkarte und hier auf diesem Flug im A380 ist die Auswahl schon ein wenig größer als in meinem letzten Flug in der Boeing 7. Und zwar hast du hier gleich vier Weißweine und fünf Rotweine. Die Auswahl ist ziemlich gut sogar und es sind ziemlich gute Weine dabei. Dessertweine hast du, einen Bordeaux-Dessertwein und sogar noch ein Portwein. An Wein war es das schon, du hast aber noch ganz, ganz viel, wobei ich habe noch den Champagner natürlich vergessen. Der Champagner ist ganz wichtig, ein Dom Perignon natürlich, was anderes gibt es hier ja nicht. Tja, und nach dem Kaviar-Service geht es weiter mit einer leichten Suppe und einem Pinot Noir. Der kostet übrigens, ich habe extra geguckt, 200 Euro die Flasche. Cheers! Cool, Emirates hat sogar Salz- und Pfefferstreuer mit eigenem Logo. Da ist es ja noch so schöner, damit zu salzen und zu pfeffern. Also ich kann dir auf jeden Fall die Außensitzplätze empfehlen. Nimm dir die Außensitzplätze, dort hast du nicht nur mehr Platz, du hast sogar noch mehr Ablagemöglichkeiten. Hier ist übrigens die Minibar, habe ich ja vorhin schon erklärt, ist so krass. Du drückst einmal drauf, oh, das war der Falsche, das war der Tisch. Du drückst hier drauf und, na, war ja klar, bei mir funktioniert es nicht. Gut, da kommt sie raus. Und du hast hier nochmal ein extra Fach, um etwas zu verstauen. Und hier hast du auch noch ein Fach, was wesentlich größer ist als das von den Sitzen in der Mitte. Dort hast du nur die Hälfte an Verstau-Möglichkeiten. Gut, der Rest ist eigentlich ziemlich gleich vergleichbar mit den mittleren Sitzen, aber du hast halt hier mehr Freiraum. WDR 2016 WDR 26 WDR 27 Bettausrichtung hier. Das Bett wurde mir sehr schön gemacht, auch wenn ich eigentlich tagsüber fliege. Ich möchte gar nicht fliegen, aber ich wollte zumindest mal ausprobieren, hier in einem Bett zu schlafen. Also der Komfort auf diesem Sitz ist so klasse. Ich schlafe wunderbar. Es ist so bequem hier und du hast so viel Platz. Und das hier ist übrigens der zweite Monitor, quasi zur Bedienung. Ist aber so groß, wenn man drückt und da wird es freigeschaltet, wie ein ganzes iPad. Und du kannst hier quasi alles bedienen. Den Sitz kannst du hier bedienen, alle möglichen Positionen damit verändern. Du kannst hier auch das Licht steuern. Siehst, ha! Alle Lichter übrigens. Und die Privacy Light. Und auch natürlich die Türen steuern. Und zu sind die Türen. Zumindest fahren sie gerade zu. Das Entertainment System ist auch ziemlich groß. ICE nennt es sich hier. Das Entertainment System von Emirates hat eine Menge Auswahl. Hier auch in dem A380 eine Menge Auswahl an deutschen Filmen. Oder auch an Serien. Und diese sind meistens allein auf Englisch. Aber die Filme sind meistens alle auf Deutsch verfügbar. Englisch sowieso. Und das hier ist übrigens das Amanity Kit in einer ziemlich großen Tasche hier. Also eine Einkaufstasche fast schon. Und das finde ich besonders cool. Zuerst dachte ich, das ist eine Laptop-Tasche. Das kannst du mit sichern auch dafür verwenden. Ich gucke gleich mal, ob es reinpasst. Aber dort ist der Pyjama drin. Tada! Der Pyjama. Ich packe den mal aus. In zwei Teilen. Ich meine, gut, die Schuhe habe ich ja schon bekommen. Das ist das Oberteil. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, welche Größe ich brauche. Ich habe wahrscheinlich ein viel zu großes. Das ist mir zu groß. Und ja, die Hose. Cool. Und das sieht eher aus wie eine ganz nette Laptop-Tasche. Ich probiere mal, ob ich die da rein kriege. Also ob ich meinen Laptop da rein kriege. Weil ich finde, es ist genau richtig. Es passt perfekt. Tada! Das nehme ich mir auf jeden Fall als Andenken mit nach Hause. Außerdem ist dieses nette Amenity-Kit dabei. In einer Leder-Verpackung. Von Bulgarien natürlich. Das ist schon mal drin. Es ist eine ganze Menge, was da drin ist. Der Kamp. Ein Deo. Ein Deo-Spray. Rasierschaum. Zahnbürste. Zahncreme. Ein Rasierer. Bodylotion. Nochmal Bodylotion. Beziehungsweise das wird wahrscheinlich hier Aftershave-Balsam. Genau. Und das ist Bodylotion. Und einmal Eau de De Coulomb. Taschentücher natürlich noch. Und was ist hier noch? Lip-Balsam. Was das hier ist, habe ich keine Ahnung. Ach doch. Ein Refresh-Towel. Also ein Reinigungstuch. Ja, das war's. Ist alles leer. Aber es ist eine ganze Menge da drin. Das bekommst du übrigens nur, wenn du danach fragst. Oder wenn du dir die Dusche bestellst. Also wenn du dir eine Zeit für die Dusche reservierst. Dazu später mehr. Als wäre das nicht klug. Mache ich mich jetzt mal auf den Weg in die Lounge. Quasi in die Airplane Lounge. Hier im A380 gibt es eine eigene Lounge. Nicht nur, dass du hier in der First Class alles bekommst, was du willst. Du hast auch noch einen kleinen Stand mit Kleinigkeiten. Hinter der Business Class befindet sich dann noch die Inboard, also Onboard Lounge. Da gehe ich jetzt hin. Oh. Okay. Aber hier durch. Und dann natürlich durch die ganze Business Class muss man durchlaufen, die nicht gerade klein ist. Und ganz am Ende hinter der Business Class befindet sich dann die Lounge. Und ich bin sehr gespannt. Gut, ich war ja schon mal drin. Ich bin ja schon mal Business Class geflogen mit Emirates. Und mal gucken, wie viel los ist. Ja, da ist ja was los. Das ist die Lounge. Hier kannst du zum Beispiel einen Drink dir bestellen oder was auch immer. Du kannst dir Kaffee bestellen, du kannst auch eine Kleinigkeit essen. Die ist ja hier an dem Stand. Natürlich gehört das obligatorische Foto in der Lounge, hinter der Bar auch dazu. Ich habe an der Nacket ein Cocktail, ein Martini. Cheers. Cheers! Cheers! Und meine Dusche ist nun fertig. Du musst sie vorher anmelden. Das heißt, ungefähr eine Stunde spätestens vor Landung musst du dir Bescheid sagen. Ich habe jetzt zwei Stunden gesagt und ich bin sehr gespannt, wie jetzt hier die Schauer sein wird. So, allow me to present you the features of the showers. Please, go ahead. You have a preheated floor at your disposition. The minutes of running water that you're going to run at this position are going to be fine. But you are able to stop them whenever you prefer. You have a preheated time in the shower spot to enjoy the experience. It's just a moment. So, let's go. 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 Wasser, was da rauskommt. Und nach der Dusche gibt es einen asiatischen oder einen Chinese Tea, den typischen nach einem Spa-Besuch. Ja, da ist schon die Käseplatte. Aber bevor ich jetzt die Käseplatte esse, möchte ich mich verabschieden. Denn wir sind bereits schon in dem Landeangflug. Und für mich heißt es, ja, Gua Lumpur Hallo und Emirates Goodbye. Ich habe eine Menge hier gesehen, ich habe eine Menge hier erlebt. Auf diesem Flug, es waren ja nur siebeneinhalb Stunden, aber der Service war erste Sahne. Ich war super zufrieden. Hallo, ich habe in einem Flugzeug geduscht, ich habe super Essen gegessen, ich habe super Drinks genossen. Und ja, wie gesagt, die Crew war erste Sahne. Vielen Dank dafür, Emirates. Ich hoffe, dir hat mein Video hier auch gefallen. Drück den Daumen hoch für ein Ja. Abonnier den Kanal. Ich habe noch ein paar andere Videos von Emirates in der Business Class oder von anderen Airlines. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.